Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder auf Sendung für euch. Johannes, wie geht's dir? Oh, ich bin total fröhlich. Ich hab was ganz Tolles erlebt. Ja, was hast du denn erlebt? Aber vorher, was ist eigentlich mit dem Haus, was du uns jetzt mal gezeigt hast? Welches Haus? Na, das Haus, das du bastelst aus Pappe. Ach so, da bin ich noch nicht weitergekommen. Ich musste rechnen. Du musstest rechnen? Warum das? Ja, ich hab einen Euro gefunden. Einen Euro? Ja, das sind 100 Cent. Das ist richtig viel Geld. Das stimmt. Ich hab mich total gefreut. Schön, Johannes. Ich freu mich mit dir. Ja, ich hab auch gleich die Tina angerufen. Und weißt du, was sie gesagt hat? Na, ich bin gespannt. Was hat Tina gesagt? Sie hat gesagt, ich hab heute zwei Euro gefunden. Tina hat zwei Euro gefunden? Ja, und ich einen. Das ist ja interessant. Und auf einmal hab ich was gemerkt. Was denn? Ich hab mich nur noch halb so doll gefreut. Was? Ja, ein Euro ist ja die Hälfte von zwei Euro. Eins und eins sind zwei und zwei minus eins ist eins. Stimmt. Du hast dich nur noch halb so doll gefreut. Ja, ja, ich hab zu viel gerechnet. Das ist so interessant. Und dann hatte ich eine Idee. Welche Idee? Ich hab einfach andersrum gerechnet. Wie denn? Ich hab gedacht, ich kann mich doch über die zwei Euro von Tina mitfreuen. Und eins und eins und eins sind drei. Und dann hab ich dreimal so viel Freude, wenn ich mich mit der Tina mitfreue. Das ist ja interessant. Da macht das Rechnen richtig Spaß. Das ist schön. Sich mit anderen mitfreuen. Da macht das Rechnen richtig Spaß, oder? Da macht das Rechnen richtig Spaß.